Das einzige Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen. Von einem geliebten verstorbenen Abschied nehmen gehört zum schwersten, was uns im Leben abverlangt wird. Menschen, die uns einfühlsam begleiten, geben in diesen schweren Zeiten eine Hilfe, die dabei besonders wichtig ist. Für Manfred Schagerl selbstverständlich. Als Serviceunternehmen am Andritzer Hauptplatz in Graz bietet er unverbindliche persönliche Beratung und kompetente Betreuung im Todesfall. Und das aus einer Hand rund um die Uhr. Trauer ist individuell und so wie das Leben eines Menschen mit keinem anderen vergleichbar ist, so unterschiedlich sind die Möglichkeiten, den letzten Weg zu gestalten. Einzigartig bei Manfred Schagerl ist die Art der Grabgestaltung, bestehend aus gebundenem Kies. Mit dieser Innovation ist für eine dauerhafte und wartungsfreie Pflege der Gräber gesorgt. Es gibt Menschen, die wohnen und arbeiten in Wien, haben das Grab von den Eltern in Graz. Wie sollen sie darauf schauen? Das geht nicht. Es gibt ältere Menschen, die würden gerne das Unkraut wegmachen vom Grab. Geht nicht. Sie können es nicht mehr. Es wird gebrechlich wird im Alter. Das fällt hier alles weg. Das Grab ist immer gepflegt und sauber. Teilflächen können mit Kunstrasen belegt werden und geben der Grabgestaltung dadurch eine besondere Note. Auch Pflanzen lassen sich gut integrieren. Eigene Ideen können verwirklicht und die Erinnerungen an den Verstorbenen auf würdevolle Weise verewigt werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Abschieds ist die Trauerfeier. Als Trauerredner versucht Manfred Schagerl, jedem Verstorbenen einen zeremoniellen und würdigen Abschied zu geben. Der persönliche Bezug liegt Manfred dabei ganz besonders am Herzen. Durch Vorgespräche mit den Angehörigen kann er sich ein Bild des Verstorbenen machen und die Trauerrede individuell vorbereiten. Es gibt Menschen, die sind jetzt verstorben und es kommen die Kinder, das hätte dem Papa noch gern gesagt oder der Oma noch gerne gesagt. Ich baue das in die Trauerrede ein. Ich spreche den oder die Verstorbene persönlich an und sage dem Verstorbenen noch, was die Familie gerne sagen möchte. Das ist sehr, sehr wichtig für viele Angehörige. Mit der Bestattungsvorsorge des Wiener Vereins als Kooperationspartner bietet Manfred Schagerl ein umfangreiches Service an. Seriöse und einfühlsame Beratungen, Vorsorgefragen sowie sofortige Unterstützung und Veranlassungen im Todesfall sind für Manfred Schagerl selbstverständlich. Für ihn ist dieser Beruf mehr als nur ein erlerntes Handwerk. Mein Beruf ist Berufung. Ich höre es immer wieder von Menschen. Ich mache es wahnsinnig gern und ich habe absolut das Gefühl, Menschen zu helfen. Es weht der Wind, ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines. Das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben. Drum wird dies eine Blatt allein uns immer wieder fehlen.